So, Leute, eigentlich auch zum Warmmachen. Guten Tag zusammen. Guten Tag. So, jetzt. Guten Tag zusammen. Wir sind es wieder. Alice Bestfriend. Ich bin Nathalie. Und ich bin Chris. Du sei jetzt, Pagadie. Die Stimme der Liebe, ehmals, früher. Wir machen was von der Tobi und das Bo. Und wir fangen einfach an, oder? Okay. Morgen geht die Bombe hoch. Und ihr geht alle mit. Morgen geht die Bombe hoch. Volls Fleck, kranker Shit. Morgen geht die Bombe hoch. Und ihr geht alle mit. Morgen geht die Bombe hoch. Kriegstreiber kriegt einen Dritt. Herzlich willkommen, liebe Leute. Das ist heute der letzte Akt. Morgen geht die Bombe hoch. Und das ist einfach Fakt. Keiner von uns Menschenkindern hat den Krieg gewollt. Die Verbrecher sind im Hintergrund und schwingen gern den Kold. Charakterlose Psychos ohne Liebe und Vernunft. Getrieben von perverser Gier, zerstörerischer Macht. Ihr Helfers, Helfer, Medienhuren bezahlt durch Hochfinanz. Digitaler Hasskomplex, Rüstungsallianz. Morgen geht die Bombe hoch. Und ihr geht alle mit. Nu seien's. Morgen geht die Bombe hoch. Volls Fleck, kranker Shit. Nu bagger die. Bum, bum, bum. Morgen geht die Bombe hoch. Und ihr geht alle mit. Bum, bum, bum. Morgen geht die Bombe hoch. Kriegstreiber kriegen Tritt. Wir werfen lieber Bonbons in die Luft. Steckt euch die doofen Bomben in den... Ach! Ssssss! Wir werfen lieber Bonbons in die Luft. Steckt euch die doofen Bomben in den... Ah! Ssss! BOMB, BOMBS statt BOMBEN. Du meinst BOMB, BOMBS statt BOMBEN. Hm. Na ja. Ach so. Ach so. Ich kann was nicht sagen. NASTROVIO! NASTROVIO! Was doch immer das heißt. Ah! Okay. Haben wir drin, oder? Vollgeschehen, Maria.